So... So... Ich würde da gerne... Ich würde da gerne... Ich würde es ganz schön durch hinstürzen. Das ist leider nicht gegeben hier. Das ist nicht hier. Das geht runter. Man könnte so machen... Relativ nah. Ohne der Stoffelacker... Oh... Da kommen wir mal zwei... Den nehmen wir noch mit. Wieder umdrehen. Ich hoffe immer mehr Päume. Schön brav sein. Schön brav ihr Schafe. Nicht ausbrechen jetzt. Ganz brav sein. Ganz brav... Ganz brav sein. Schöne brave Schafe seid ihr. Ganz fein. Ganz brav. So ist die Ordnung. Wunderbar. Wunderbar. Ja macht ihr das. Doppelacker. Passiert euch nichts. Doppelacker würde ich nicht sagen. Ist gut. Ist gut. Da sollte eigentlich mal was. Ist gut. So festhalten. 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 Oh oh. Das tut ihm nicht gut. Das tut ihm nicht gut. Das tut ihm nicht gut. Okay. Und... Jetzt machen wir wieder zu. So. Schöne brave Schafe seid ihr. So. Guckt mal rein. Wir oder die. Dürfen wir loslassen? Ihr könnt loslassen. Verstehen. Video läuft noch. Hallo. Landung mit der untergehenden Sonne. Auf der Straße gelandet. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. 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 Hi ha 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 ha. Die Schafe sind ganz brav geblieben da oben. Ja jetzt entspannen sie sich auch wieder. So. So. Und jetzt warten wir auf unser Retterteam. Achso. Da müssen wir jetzt schon sitzen bleiben... Ja.